Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Kalleberg von Kalle, den Ultra Mapping Man. Du setzt Kalleberg irgendwo ein, ne? Ja, ja, ja. Wie ihr seht ihr, wir sind noch fleißig in der Verkalkung. Wird wiederum ein bisschen noch dauern. Ein bisschen dazu durchhauen, ne? Vielleicht müssen wir dann den Stream noch jede Menge erledigen, ne? So ist zumindest der Plan. Am Donnerstag streamen wir Kalleberg. Ja, ja, ja. Ich glaub wir können noch Kalleberg streamen. Ich hatte ja jetzt überlegt, Frühling oder Kalleberg, aber ich glaub wir können Kalleberg noch was streamen. Ja, 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 ja. So ist der Plan, ne? So ist der Plan, ne? Freitag und Donnerstag sonst, glaub ich, 30 Grad wird. Wir müssen auch irgendwann mal hier hochfahren. Ich fahr da noch nie. Sollen wir das jetzt mal machen? Können wir auch, ne? Oh, Kollege. Mit schwarzes Bulli. Wir fahren hier nun, ne? Ich fahr da jetzt mal hoch, guck. In der Echtung, die Glamke heißt. Da muss man ja mal erkundeligen. Mit Vollgas, mit Neuche. Hier an so'n Blümtes vorbei, ne? Ja, liebes Telefon, ne? Das hat's auch... Woll ich an den Rechnern bin, dann macht's... Dun, 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 dun. Gehen wir auf den Zünder. Guck mal, guck mal. Nee, das ist überhaupt cool hier. Mussten wir hier schon ab? Ich weiß das nicht. Ich fahr hier noch nicht. Nee, wir können, glaub ich, noch ein Stück gerade ausfahren, ne? Junge, Junge. Das ist ja im Rignone, ne? Da geht's auch... Ah, da gibt's die Sonnenblumecke. Okay. Wir müssen jetzt hier oben fahren, ne? Ja, ja, ja. Guck mal. Echt cool gemacht, ne? Ja, so ganz ehrlich. Cool. Ja, hier waren alles schon hier. Ich fahr hier nur nicht. Ja, ich spiel die ja auch noch nicht so lange. Man kennt's ja was, Sven. Wie ist die... Wer wohnt denn hier? Kali? Nee. Alter, das ist dieses Hotel, ne? Der Obladestell und so. Dorfli. Hotel und Gästhof. Okay. Oh, 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 oh. Da ist auch noch was. Säckewerk. Oh, Säckewerk. Das ist mal im Kieten, was da so vor sich ist. Weißt ja auch alle nicht so. Ja, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Der hebt hat aber auch Trupp hier, weh? Nicht nur mit Wartflug, vermeulich. Oh, ey. Diese Eiche. Mit der Kamerastauung. Ist nicht mehr so schick gefallen, ne? So. Oh, oh, oh. Langsam, Sveni. Ab durch die Rabatte. Oh, oh. Geht's immer mächtig runter, hast du das gesehen? Ach, hier nicht, hier nicht, hier nicht. So. So. Na, komm. Altes Möpschen hier. Oh, ne. Wir hätten hier den Jungen Kalksteuer rumhängen müssen, ne? Die zieht das ja gar nicht. So war der doch, ne? Ja, dann hängen wir ihn. Jetzt machen wir ihn auf. Ja, nee. Ja, bevor wir ihn jetzt wieder hinheizen, hängen wir ihn schon. Sicher ist sicher. So. Längse. 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 Ja, dann stell dir ihn erst mal hier hin. So viel, glich viel, kannst du da nicht mitmachen, ne? Das ist mal so ein Wagen von Ornabiefer. Welchen nehmen wir denn da? Komm, wir nehmen den hier. Was ist denn mein Kalksteuer? Dann nehmen wir den doch mit, weh? Wir haben ihn nur ordentlich zu kalken. Ja, Opfer. Dann brauchen wir noch mal ein Bild, ne? Schick dran. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ja, ja. Warte, nicht in den Kopf was, das ist ja in den Tasten. Druck. Danke. Abflug. Dann besparen wir uns eben. Die dörfliche Gemeinde hier, ne? Moin, 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 moin. Oh, 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 moin. Ehrlich, ne? Ehrlich, ehrlich, ganz ehrlich. Du meinst, ey. Du meinst, ey. Boah, ne? Warte, da unten, ne? Wir haben noch ein bisschen Kohle, lieber. Vielleicht kaufen wir noch ein, zwei Flächen oder was? Weiß ich auch noch nicht. Ich darf hier hier einen Schlüssel kommen. So, aber die Schaufel war ja alles Tütti, ne? Da bin ich nicht so beruhigt. Guck mal, denen geht's aber gut, ne? Hehehe. Lord. Wie ist die Filme dann vorne, ne? So, mit dem können wir auch ein bisschen schneller fahren. Wir brauchen uns nicht so orientieren. Das bin ich voll. Ich hab schon wieder vergessen, Mulcher mit reinzunehmen, ne? Das müssen wir gleich jetzt machen. Schickere, wir sind ja auch noch Mulcher. Ich hab's vergessen, ne? Oh, bis unten. Was hätt ich dir gedacht, Svenja? Warte, wir kaufen uns einen High-Teach-Mulcher. Dafür auch mal ein neumodisches Gerät auf dem Reform, ne? Ja, auch kein Schick. Da kommen wir von Wiener, aber was können. Hehehe. Guck mal her. Läuft hier, ne? Ob der Kalle überhaupt jetzt damit klarkommt, oder der so berühmt ist? Spielt wie jeder Kalle bocht, ne? Richtig gut. Da muss man ganz ehrlich sein. Kalle ist jetzt berühmt. Ich hab's ja immer gesagt, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wollt ja keiner glauben. Moin. Noch, Kollege S? Ich hab's schon ohne Gülle gemerkt. Hätten wir noch Gülle heizen können. Um Fasse oder so. Herrlich, und hier müssen wir auch noch düngen, ne? Das müssen wir als nächstes machen. Wir haben jetzt halt leider ein bisschen viel Dünger streuen. Colten, ne? Und dann wie so ein riesen Quarkstreuer haben. Läuft das natürlich nicht so prämiös, wie man sich das denkt. Na? Und dann wird ziemlich viel Meters machen müssen, ne? Aber dann ist's halt leider so. det ist halt halt so, nicht? Stödert auch stellenweise bauern da hinten, ne? Ja, ganz ehrlich, ne? Dann ben nächsten die Form mitnachten Eiche. Guckste hier so ein bisschen Energie drin, ne? Was ist denn da hinten? Höh? Habt ihr das schon gesehen dahin? Oh, 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 guck mal, lieber auf dem Strasse ist. Was war da? Hier ist ein Kreuz dahinten, habt ihr das auch gesehen? Gut, dass der hinten so nett ist, um sich einen Gorbelstabler zur Verfügung zu stellen. Sonst hätten wir nämlich mächtige Probleme. Nee, eigentlich nicht, aber... Das geht so einfach, ne? Mal eben runter den Hobel. Müsste noch genug drinnen sein. Unsere Presse müssen wir auch noch zu mir fahren, ne? Abfahren. Die bei der örtlichen Mühle verbohren. Ja, nicht mehr. Oh, oh. Müssten wir auch mal bald absägen, bei dem Lande. Vielleicht hat er auf der Strasse knallt. Aber das wäre nicht schön. Oh, hier haben wir so eine Kalben. Wie brauchen wir denn eine Fläche oder so? Wahrscheinlich ist es auch eine Miese. Dass wir auch genug Futter für die Hühner haben. Nicht, dass die 10 Goppels da irgendwann im Jahr sagen, nee, wir haben nichts mehr an Körne. Lass mal ein Stecken, du. Weißt? Und dann ab und zu Körnchen, ne? An der Fläche noch Ausschau halten, ne? Sonst haben wir ja, besitzen wir ja so gut wie alles. Was für Braten im Leben, ne? Hier, man, um mich. Moin. Und dann vorne, eben hier. Also, diese müssen wir ja auch noch mehr, ne? Dann machen wir Heu. Heu ist toll. Oh, guck mal. Quarki-Pflanzen. Sind die Quarki-Pflanzen hier, ne? Schatzsignal. Junge, Junge. Das macht Spaß. Weil wir haben viel zu tun, ja. Hier, was geflüchtet. Mach dir nichts, ne? Verrückt dir so durch. Unsere Riese folgen wir später. Junge, Junge. Das ist nicht so einfach, ne? Der kommt ja tubomäßig aus, ne? Oh, ne? Nee, Kalle aber falsch abgesteckt, die Ecke, gell? Zack. Und dann sagt er eben auch wieder leer, ne? Das ist halt so ein wenig, ne? Was soll man denn? Wir müssen irgendwie durch. Dann sind wir alles umheizen. Und hier so rumgekugelt. Dann kannst du nie nämlich so lang fahren. So, sollen wir mal geradeaus fahren? Zur Feuhe des Tornes. Ich weiß, wo wir ankommen. Viele Bügel führen zum Händler. Wisst ihr die das? Aber dieser wahrscheinlich nicht. Nee, ehrlich, ne? Junge, Junge. Was ist denn schön, ne? Manchmal frage ich mich echt, was mit Kalle nicht so stimmt, ne? Guck dir den Schickkram hier an, wenn die in Langkreis sind. Die waren sehr gut hinlos. Schauen wir mal an den Runde. Schöne Wallwiese, ne? Was? Wollen wir nicht die alten Pferde, ja, ne? Guck mal, hier ist ein Volkament Nesco. Rennenkugel. Wenn du mal ein bisschen eilig hättest, kannst du auch nicht durchheizen. Guckst du nicht aus der Kugel? Na, guck mal hier. Ich glaube, müssen wir die auch mal kaufen, ne? Dass sie vor Takt geben muss. Lass uns jetzt mal gucken, wie die trupp sind. Na? Wie ist die Lage hier? Guck mal, jetzt dreckig die Kalle. Na, du? Koline? Wie ist die Lage? Sag mal. Geht's dir nicht gut? Ne? Kein Stuhlgang gehabt? Uh, uh, uh. Dann vorsichtig. Sag mal bescheuend, wenn's wieder kommt. Herrlich, ne? Kalle, der alte Zuchtbulle. Oh Mann, steig ich ihn. Zack, zack. Die mag uns noch nicht so, weil der kein Futter hat. Das ist leider so. So abflott. Wir haben ja auch mal andere Sachen zu tun. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Herrlich, ne? Die Scheibe nicht so dreckig, wie kann die die auch verziehen, ne? Oh, hier kannst du was holen, ne? Schönes Ding hier. Einfach schön hier. Kann man hier irgendwie? Und bei den Schweinen können wir doch abfahren, oder? Familie Schnitzel. Echt schön hier. Danke, du bist es. Ich glaub, die Ecke, wen wir uns im Moment noch aufreißen. Herrlich, ne? Ich vermute, wie ihm fix die Bude wieder voll. Wird ja auch in Stüssel. Hier liegt nicht mehr voll, ne? Nö, aber ich hab gesagt. Aber so ist das denn liegen, ne? Ring, ring, ring. Die sind konischt. Irgendwie packen die ihn hier. Also die... Oh, ey. Guck mal eben. Geht's denn, Mann, aber? War gelacht, ne? Schütteln wir die Schuße da eben noch wieder rin, ne? Falsche Richtung in den Baum. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs zu gucken, bis ihr hier, ne? Wenn's euch gefallen hat, wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.